Hallöche Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Senran Kagura Estable Versus. Ja wir machen mal wieder den üblichen Guide Change. Du hast vergessen die Fenster zu schließen. Alles klar. Wir haben neue Shinobi Girls Missionen freigeschaltet und zu einem Shiki Mission Ultimate Blocker. 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 GG. Also der ultimative Blocker. Mh 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 mh. Ok ist ja keine Materialien. Meine Block Klicks sind außer Kontrolle geraten. Ich habe sehr sehr viele Fotos von Essen und einiges an Film Reviews gemacht. Aber nichts hat funktioniert. Ich werde depressiv, wenn mein Verkehr so wenig ist. Sind meine Block Einträge so langweilig? Ich habe Spaß sie zu schreiben, aber wenn die niemand bewerbt, warum soll ich es sonst machen? Ich bin nicht die einzige, die hier Spaß hat. Das ist was ich gerade fühle. Ich habe mein Bestes gegeben, es da weiter zu machen, aber vielleicht ist es schon vorbei. Ich kann mehr Material sammeln. Naja, bisschen rassistisch denke ich mal. Die anderen Shinobi-Schülerinnen um mich sind wie ein Unterhaufen. Ich meine ihre Persönlichkeiten Outfits sind... ja... Wenn ich die irgendein Zeug auf meinem Block kriege, mein Verkehr wird wieder explodiert. Garantiert. Aber dann wieder... Ich habe es schon einmal getan und es ist eine schlechte Idee gewesen. Naja, ich bin auch Ärger, also ich hatte auch sehr sehr viel Ärger. Ich habe so ein paar peinliche Fotos von Mirai und... Sie hat irgendwie in meinen Block reingeheckt und peinliche Fotos von mir reingetanscht. Mirai ist fürchterlich, wenn man sie begegnet. Aber... Ich bin nur ein wenig. Tut mir leid... Leute, ich denke... Ich kann mich meinem Block jetzt sterben lassen. Ich werde nie die Block wehen, wenn ich Angst habe, Risiken einzugehen. Jupp! Also sie will jetzt... Ich brauche Materialien für... Blocks... Also wie ein Block... Alter, mein Blogger... Ah, wir sind hier in dieser Stadt, ne? Das war leider daneben. Ich kann ja diesen Angriff auch vollführen. Ach, Shit! Das war nicht so... Ah, Shit! Ah, Dada, Dada! Ach, Shit! Hm... Was auch. Ja, war klar, dass ich ihn nicht treffe, ne? Ich sagte, sie hat irgendwas gebrochen, aber ich habe mich anscheinend geirrt. Wie viele Ergegnen noch? Okay, Shiki haben wir ja schon mal gespielt, das weiß ich ja noch. Und sie geht mit ihrer Doppelsense ab. Aber ich denke, damit können wir... Wow, das war ein geiler Angriff. Dieser Angriff hat mir sehr sehr gut gefallen, Shiki. Ach, ihn bitte noch mal. Haha, geil, direkt erst mal daneben. Joa. Ja, jetzt muss ich gegen Icaruga kämpfen oder was? Ah, da ist ein Plakat. Hallo, Icaruga. Lang nicht mehr gesehen. Ach, scheiße. Das hat... Nein! Ich muss hier wieder... Mhm. Friss meine Doppelsense. Boom! Das war jetzt ein... Sehr, sehr unerwartete... Ähm... Sehr unerwartete Angriff für Icaruga. Aber jetzt verwandelt sie sich auch noch. Shit! Oh, scheiße. Hm. Uh, ist direkt hinter mir. Komm, du! Scheiße. Nein! Ich bin gestart, ich bin gestart. Nein, 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 nein. Ja, pack deine Shinobi-Verwandlung aus. Boom, boom, boom. Nein! Ich treffe dich, ich zange. Ah, da hinten ist sie. Und direkt ins Plakat. Eine großartige Geschichte. Diese komischen Fledermäuse, Alter. Was sind das für Viecher? Äh, Kreative Finisher. Ja, das ist schön, das ist schön und gut. Ne, speichern wir nicht. Es geht ja direkt weiter mit ihren Missionen. Human-Combustion. 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 Yoki und Hanabi. Ah, sind wir wieder in diesem Käfig, ne? Umgeben von Lava. Kann das sein? Nein. Oh, das erinnert mich so an Super Mario Sunshine. Ich frage mich nicht, wieso ich jetzt auf Sunshine komme. Aber gerade der Vulkan erinnert mich so was von an dem Final Level. Colina Corona. Also für die Leute, die ja meinen Super Mario Sunshine LP verfolgt haben letztes Jahr. War schon relativ. Tatsächlich auch ohne Game Over. Tatsächlich. Besuch ich. Es lief unerwartet gut. Und irgendwie... Ähm... Erinnert es mich halt daran. Diese scheiß Gegner manchmal, ne? Komm. Ja, ich will weitermachen Aber diese scheiß Gegner Manchmal lassen mich natürlich Scheiße Ja, komm Team 100 Okay, ich verwandle mich mal Sicherheitshalber, weil Ich keine andere Wahl habe Anscheinend Ich frage mich jetzt, was jetzt schlau wäre Ich glaube, Geheimanin Ja, kommt Nummer 2 ist, glaube ich Ein Angriff, der Scheiße, aber der ist nicht gut gewesen Der Angriff war echt nicht gut Dann treffe ich wieder nicht, ne? Also den Gegner werde ich schon mal Sehr, sehr schön Ja, chillen Aber ich habe irgendwie das Gefühl Nein, jetzt muss ich jetzt hier drüber gehen, oder was? Oh, ist das geil Da gibt es sogar Publikum Aber das sieht so aus wie ein FIFA Einfach nur Scheiße Nein, jetzt kämpfe ich jetzt wirklich nicht ernsthaft auf der Bühne, ne? Geil Das ist eine geile Stage, finde ich Und ich Und ich Predikte Dass man Dass man hier den Final Boss Bekämpfen werden Hi Wie der Einfach mal gar nichts machen hier Das ist ja gerade französisch gesprochen Ah, ich kann Ich brauche Ich Kann es ja gerne für euch übersetzen Da ich ja eh französisch kann Oh oui Nein Oh, das ist eine übel krasse Combination gewesen Nein Du blöde Kuh Mit dem scheiß Hammer Jetzt gehen wir hier nicht auf den Nerven, Mann Okay, immerhin schön brav Vergiftet Ach, läpp mich Aber jetzt Jetzt habe ich dich Down Ah Ich glaube, da gab es auch hier irgendwo Einen Creative Fini- Ah Okay Ich glaube, ich weiß schon, was der Creative Finisher Eventuell gemacht hätte Ja, das ist okay Okay Ja, ja, ich weiß, dass du coole Attacken Jetzt müssen wir gegen Yumi kämpfen Gessen Academy Ja Wir haben ja, glaube ich, im letzten Band Yumi gespielt Und die hat ein bisschen verpackt Oh, nee Nicht diese Gegner Nicht diese Gegner Ich hasse diese Gegner Die können einen paralysieren Und das mag ich ja nicht so Boom, 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 boom Yeah 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 Ich kapierst doch hier Scheiß Drecks Fuck Gegner Alter Ich hasse diese Scheiß Gegner Könnte direkt ein Lied sein Und ich habe wieder keine andere Wahl gehabt Natürlich Peace Wow Wow Das war jetzt eh Ich werde direkt eingefroren Nach meiner geheimen Ninja-Kunst Ja, nee Ihr wollt mir jetzt doch jetzt nicht alle parschen, oder? Okay, immerhin Nein Das ist von Sasuke, dieser, dieser Feuerversteck Dieses Feuerversteck Jutsu Sie macht einen auf Sasuke Wuschia Nur ist das eine schlechte Kopie Und boom Nein Oh, scheiße, man Oh, ich hasse sowas, wenn das passiert, man Irgendein Tausender-Kombo, oder so, kriege ich hin Ja, du bist total die Beste Ja, du bist total die Beste Ja, geh ab, Schiki So, jetzt vermüllen wir mal diese ganzen kleinen Shinobi-Fuck-Piecher Oh, das muss sicher sehr, sehr weh getan haben Ja, lass mir raten Jetzt kommen Lotte Ja, ist klar Moment Da werde ich mal ganz kurz ein bisschen zauber machen hier Wie viele habe ich Ich habe nicht mal alle erwischt Das ist blöd Ich bin verheißern und gestunnt Ja, moin Schön sauber vergiftet Dann weicht dir natürlich meine Attacke aus Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein Aber jetzt kriege ich dich down Wetten, es reicht nicht aus Scheiße, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht Shit, 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 shit So, schnell Puh Das hätte eventuell sehr, sehr schief gehen können Aber sie ist, ja Ich glaube, dieser Block wird ein Erfolg Ja, das ist okay, das ist okay Ja, dann würde ich sagen Das war's mit diesem Paar von Senran Kagura Äh, sag ich schon Ich hätte gerade Festival versus gesagt Aber es heißt Estel versus Äh, lasst einen Muster, wenn es euch gefallen hat Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Hier in Senran Kagura Estel versus Bis dann und ciao